Der Martinsdorf 2013 in Kromat. 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 Einige von euch haben wir auch selbst gebastelt. Hebt ihr alle eure Laternen nochmal ganz hoch, damit wir die alle sehen können. Wie toll. Das ist ja wirklich klasse. Wunderbar. Ja, und die Laternen, die haben ja doch etwas Besonderes, nämlich in der Mitte ein Licht. Und wir Christen, wir vergleichen es uns immer erzählt, wie sehr Gott die Menschen liebt und niemanden vergisst. So, vergessen wollen wir jetzt auch nie machen, wenn die in die Turnhalle gehen und an die Kinder die Küche verteilen. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020